Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau. Soletaler Recycling, der Mikrognossenschaft Auschwitz und Leica Geosystems. Herzlich willkommen, danke, dass Sie den Studierenden Ihre Ehre erwiesen. Wir schreiben uns Transferorientierung auf die Pfanne. Wir wollen klar Nummer 1 in der Schweiz sein. Zusammenkommen ist der Anfang, das fällt meistens leicht. Zusammenarbeiten ist Fortschritt, das ist schon etwas schwieriger. Aber zusammen innovativ zu sein, das ist wirklich Erfolg. In der Kategorie Marktforschung geht dieses Jahr der Award an das Team Swissgate. Wir sind sehr stolz gewesen, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Eigentlich fühlt es nervös zu werden, wenn es richtig gut läuft. Weil dann ist wahrscheinlich der Punkt, dass man sich neu erfinden kann. Der erste Gang in der Kategorie Management-Konzeption geht dieses Jahr an das Team Internoa. Das ist wirklich für uns Tüpfel für mich, von diesen drei Jahren Bachelor. Wenn ich noch mal jung wäre, möchte ich auch in einem solchen Team mitschaffen, möchte auch an der OST studieren. Wir freuen uns dann auf das nächste Jahr, wenn es heisst, wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2024. Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, der St. Galler Stadtwerk, Jumper Kommunikation und Skandola.